Immer heißt es, ja, wir brauchen die 4-Tage-Woche, wir müssen das weniger machen, aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung, ist die 4-Tage-Woche ein absoluter Rückschritt. In aller Munde ist die 4-Tage-Woche. Immer heißt es, ja, wir brauchen die 4-Tage-Woche, wir müssen das weniger machen, aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung, ist die 4-Tage-Woche ein absoluter Rückschritt und ich werde dir ein deutlich besseres Modell zeigen, das wir bereits seit vielen Jahren leben und was deutlich besser funktioniert. Also, lass uns loslegen. Der erste Part, der sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, ist, dass eine 4-Tage-Woche auf zwei Ebenen gespielt werden kann. Das erste ist, dass man sagt, okay, wir arbeiten nur 4 Tage, 8 Stunden Regelarbeitszeit, aber was der häufigste und praktischste Anwendungsfall ist, und ich hatte mal Statistik gesehen, knapp 75% aller Fälle werden so umgesetzt, dass man die 5 Tage auf 4 Tage verdichtet, um einen zusätzlichen freien Tag zu haben. Das bedeutet, dass du die 8 Stunden mal 5 Tage jetzt entsprechend in die 4 Tage reinschaufelst. Das heißt, dass die Leute in der Regel in 4 Tagen auch entsprechend 10 Stunden Arbeitszeit haben. Was heißt das im Umkehrschluss? Es bedeutet, dass Dinge, die links und rechts, das heißt, die vor oder nach der Arbeit passieren, dramatisch weniger Platz bekommen und dadurch auf einen separaten Tag geschoben werden müssen. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, wie sinnvoll es ist, einmal im Monat für einen kompletten Tag morgen bis abends durchzutrainieren oder jeden Tag ein bisschen. Und das ist aus meiner Sicht der große Fehler. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei uns eine 30-Stunden-Woche auf 5 Tage, das heißt 6 Stunden pro Tag und fahren damit extrem gut. Wir haben im Vergleich zum Vorjahr 165% Unternehmenswachstum und die 30 Stunden gelten nicht nur für die Geschäftsführung, sondern auch für jeden einzelnen Angestellten bei vollem Gehalt, was einem 40-Stunden-Wochen-Gehalt auch entsprechend zugrunde liegt und bei vollem Urlaubsanspruch. Das heißt, was wir festgestellt haben ist, dass wenn du mit 200 auf der Autobahn fährst, dass du einfach eine deutlich höhere Produktivität hast. Wir haben weniger Pausenzeiten, wir haben deutlich weniger Ineffizienz, weil wir halt einen sehr, sehr klaren, abgestreckten zeitlichen Rahmen haben. Hingegen merkt man, wenn man wirklich 10 Stunden konzentriert arbeiten soll, funktioniert das einfach nicht. Das heißt, das spricht auf jeden Fall massiv gegen die 4-Tage-Woche, weil einfach zu viel Zeit da ist, die Leute verschnattern sich und am Ende des Tages bezahlst du als Arbeitgeber wieder Anwesenheitspflicht und nicht das Ergebnis. Das heißt, in weniger Stunden bist du automatisch dazu gezwungen, konzentriert und effizienter zu arbeiten und musst halt einfach auch dein Ergebnis liefern. Ein weiterer Part, den wir festgestellt haben, was eher für eine 30-Stunden-Woche spricht, als für eine 4-Tage-Woche, ist, dass die Work-Life-Balance viel, viel ausgeglichener ist. Soll heißen, ja, Arzttermine können auch mal vor der Arbeit gemacht werden. Unser Arbeitsstart ist 9 Uhr, das heißt, wenn du Sport machen willst oder irgendwie noch Themen zu erledigen hast, bei mir die Kids irgendwie in die Kita oder die Schule bringen, alles kein Problem. Du hast einen recht entspannten Start in den Tag, dann ist bis 15 Uhr Vollgas angesagt und dann kannst du direkt ins Gym gehen, kannst dich mit Freunden treffen, kannst Dinge mit der Familie machen, kannst die Kids auch relativ früh aus der Kita oder der Schule abholen und es funktioniert absolut problemlos. Entgegen, bei einer 4-Tage-Woche kannst du das einmal pro Woche machen und die restliche Zeit siehst du deine Kids zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, morgens irgendwie 8 Uhr, wenn du Arbeitsstart hast, bis 18 Uhr plus eine Stunde Pause, das heißt bis 19 Uhr Anwesenheitspflicht hast. Also zeig mir bitte die Person, die vorher noch Sport macht oder danach noch motiviert ist und mit Volldampf irgendwelche Dinge umsetzt. Also nochmal, du merkst schon, ich bin kein wirklicher Freund der 4-Tage-Woche, gerade des verdichteten Modells nicht, weil es einfach nicht praktikabel ist. Es wird im Gegenteil dazu führen, dass die Work-Life-Balance von den Leuten dramatisch gestört wird, weil ja, klingt zwar schön und gut, dass du den Freitag meistens dann frei hast, aber Hand aufs Herz. Du brauchst den dann halt auch, um dich überhaupt mal zu regenerieren. So, und dann ist es irgendwie 13, 14 Uhr und was hast du dann gewonnen? Gar nichts. So, das heißt, da auch mal drauf achten, wie kann ich mit kleinen Dingen die Work-Life-Balance auch tatsächlich verbessern. Was auch interessant ist, dadurch, dass wir halt kontinuierlich ja auch eine Stressreduktion haben, dass wir permanent einen Ausgleich schaffen, hast du auch automatisch weniger Burnout und auch automatisch weniger Krankheitstage. Letztes Jahr, als wir noch ein kleineres Team hatten, hatten wir aber drei Krankheitstage in der gesamten Mannschaft. Jetzt haben wir die Mitarbeiteranzahl mehr als verdoppelt. Das heißt, ja, jetzt hatten wir fünf Krankheitstage auf das gesamte Team. Fünf Fehltage, wo die Leute halt zu Hause geblieben sind, weil sie sagen, naja, ich fühle mich doch nicht so gut, ich bleibe mal lieber zu Hause. Auf das gesamte Team von einer Gruppe von 17 Leuten haben wir fünf Fehltage gehabt und das in einem Jahr. Wenn du überlegst, der durchschnittliche Mitarbeiter hat fünf bis zehn Krankheitstage pro Jahr alleine, das bedeutet, dass wir bei 17 Leuten, kannst du hier hochrechnen, ja, einfach dramatisch Zeit eingespart haben, weil die Leute einfach viel, viel gesünder sind und die Chance haben, auch entsprechend sich besser zu regenerieren. Auch noch ein sehr, sehr spannender Part, der da mit einhergeht, ist der Fokus in der Arbeit. Das heißt, dieses, ja, lass mal irgendwie auf einen Kaffee treffen und sowas, ja, gibt's bei uns auch, aber nicht jeden Tag und nicht dreimal am Tag. Wenn ich überlege, als ich damals noch Steuerfachangestellter war in der Ausbildung, ja, da wurde Kaffee und Kuchen getrunken und da wurde dies und das gemacht und da hat man sich auch mal eine Stunde versabbelt und sowas, das mag ja alles schön sein. Aber ganz ehrlich, wir machen lieber regelmäßige Team-Events, machen gezielte Dinge zusammen, gehen im Team gemeinsam zum Sport und schaffen dadurch genauso dieses Bonding, statt dass wir auf der Arbeit, in Anführungsstrichen, unsere produktive Zeit vertrödeln. Weil, Hand aufs Herz, du bist in der Zeit von 9 bis 15 Uhr sehr, sehr produktiv, 16, 17, 18, teilweise 19 Uhr, zeig mir die Person, die nach einem harten Arbeitstag da noch produktiv sind oder Höchstleistungen abliefern können. Das heißt, hier einfach gezielt zu sagen, okay, wir haben sehr, sehr hohes und sehr, sehr schnelles Tempo, das ist wie 200 auf der Autobahn und nicht 110 auf dem rechten Standstreifen, aber der Vorteil ist, du bist auch deutlich schneller am Ziel. Ja, du musst dich mehr konzentrieren, aber durch den Fokus und die Präzision kommst du halt auch deutlich schneller dahin, wo du sein willst und kannst dann auch entsprechend anderen Aktivitäten nachgehen. Das heißt auch dort, wir verdichten quasi auch, aber produktive Zeit und nicht einfach insgesamt Zeitkontingent. Und der letzte Part, und das kann ich dir auch sagen, ist sehr, sehr spannend, alle Leute, die bei uns angefangen haben, die wollten ja keine 30-Stunden-Woche. Keiner kam und hat gesagt, boah, ich brauche die 30-Stunden-Woche. Im Gegenteil, die meisten waren so, ja, ich würde auch gerne mehr arbeiten. Bis sie das Modell verstanden haben, mit dem wir halt wirklich aktiv sind. Das heißt, dass wir Gesundheit, Inspiration, Beziehungen, dass wir all diese Themen auch entsprechend aufgreifen und dass wir halt wirklich die Arbeitszeit auf 30 Stunden ausschließlich verdichten. Und nicht den Anspruch haben, dass wir noch alle anderen Lebensbereiche dort reinpacken, sondern dafür einfach bewusst Zeit und Kontingent zur Verfügung stellen. Also auch hier wieder ganz klares Signal, du wirst ein deutlich besserer Arbeitgeber und ich kann dir sagen, eine 30-Stunden-Woche zieht die Leute extrem an, weil viele dann natürlich sagen, hey, ich habe aktuell eine 50, 60, 70-Stunden-Woche als Angestellter. Und jetzt bekomme ich eine 30-Stunden-Woche und das zu einem ähnlichen oder vielleicht sogar besseren Gehaltskurs. Du kannst nicht mehr verlieren. Also, wenn du sagst, hey, das ist ein spannendes Thema für mich und naja, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das einführen soll. Kleiner Tipp, geh auf reikhane.de slash austausch. Buch dir einfach mal einen Termin mit meinem Team und mir. Lass uns ins Gespräch gehen. Lass uns schauen, wie wir das für dich und deine Branche anwenden können. Inzwischen haben wir über anderthalbtausend Unternehmen beraten und das sukzessive bei denen eingeführt. Und ich kann dir sagen, die Unternehmer, die mit uns zusammenarbeiten und das entsprechend implementieren, fahren deutlich besser, sowohl für sich persönlich, aber auch entsprechend in dem Unternehmen. Also, reikhane.de slash austausch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017